Sie kennen bestimmt auch diese nervigen Wortspiele, See you later, Alligator oder Alles Watcher in Kambodscha. Wir wollen heute die Cuxhavener fragen, was sie davon halten oder ob sie die sogar nutzen und andere vielleicht damit nerven. Wie stehst du zu Wortspielen? Ja, also eigentlich sind die nicht schlecht so unter Freunden mal, aber so an sich nerven nämlich schon meistens, auch so wenn Ältere die benutzen, so mit Morgenstunden hat Gold im Mund und so. Wie findest du Wortspiele? Also ich find Wortspiele lustig, ich benutze auch öfter Selbstwortspiele, unbewusst auch. Und also, ja, find ich witzig eigentlich. Nervt mich? Ne, nervt mich nicht. Find ich gut, wenn man so ein bisschen Spaß in Sachen reinbringt, wenn man über irgendwas redet. Was halten Sie von Wortspielen? Also ich kenne Scrabble, aber ansonsten könnte ich jetzt da nicht viel mit anfangen. Nutzen Sie selber auch keine? Wortspiele im ironischen Sinn, meinen Sie? Auch? Ernsthaft? Auch? Beides. Muss ich gestehen, hab ich mir noch nie viele Gedanken drüber gemacht, aber man lernt. Ja, mehr kann ich da jetzt im Moment leider nichts zu sagen. Was halten Sie von Wortspielen? Finde ich prima und auch häufig lustig. Und fällt Ihnen spontan eins ein? Ne, jetzt bin ich nicht drauf vorbereitet, leider nicht. Aber Sie nutzen die selber? Ja, ja, wir nutzen die auch. Mhm. 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 Mhm.